Fynn, ich hab ihn! Ellenburg? Ellenburg? Was ist mit dem, was hat er? Er ist wusstlos. Ich mache meine dunkle blaue Verdauungsverschacht. Große auf dem Theaterhaus. Ja. Große Harte. Seit wann haben Sie denn die Noriska? Seit zwei Wochen. Oh, entschuldigung. Frau Mund? Er hat einen Meintag im Bauch. Ich kann keine vitalen Funktionen mehr tasten. Der Krankenwagen braucht noch eine Stunde. Wo sind Sie? In seiner Hütte am Bussi. Ich weiß, ob das jetzt genau so hieß. Der Urbau kommt ganz doll akut. Es tut er früh zum Leben. Können Sie da? Vielen Dank.